Also in meiner Welt kann man alles perfektionieren, aber ich habe meine Trigger, meine Trigger werden immer meine Trigger bleiben und wenn ich neunmal super erwachsen reagiere und einmal flippe ich aus, dann habe ich neunmal gewonnen, dann bin ich total happy mit mir. Also ich lege dann nicht meinen Fokus, da hast du es nicht geschafft und dann würdest du das Wort gegen dich richten und das wäre so der zweite kleine Meter, den ich gerne mit dir gehen möchte, du wirst nichts Negatives mehr über dich persönlich denken oder sagen. Dann gebe ich mir persönlich die Schulterklappe und sage, Frank, gigantisch, neunmal top reagiert, einmal, okay, so what, ich bin nicht Gott. Für mich ist es einfach wichtig, Trigger bleiben deine Trigger und du willst dir wert sein und das ist wirklich ein Thema deiner Wertigkeit, dreimal tief ein- und auszuatmen, bevor du überhaupt nur an eine Reaktion denkst. Und wenn ich zum Beispiel eine E-Mail von jemandem bekomme, wo mich jemand brutals triggert, weil er mich beleidigt oder was auch immer, dann bin ich mir es wert, erstmal drei Stunden nicht zu reagieren. Das hat was mit deiner persönlichen Wertigkeit zu tun. Menschen, die wie im Tennis reagieren, bumm, 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 dann bist du völlig wertlos. Ein Argument steuert das andere, klack, 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 boom, bis einer ausflippt, ja. Hä, wo führt das hin?